Prank gone wrong, gone sexual, gone turtless Woow, lol zwei Leute sind tot Woow Warte ich guck mal rein Einer davon war Traitor oder? Ich hoffs Lol ich bin kein Traitor dann ist Eason und Eason ist Traitor Eason ist Traitor Ok man wird nicht gelogen Dario, Dario Ich hab mein Auto verpasst Ich hab mein Auto verpasst Alter und das alles nur weil ihr suizidiert Maudat und ich haben uns geopfert Für das Für das Wohl der Aether sind Eason wir wussten auch noch nicht das es los geht Aber jetzt gehts los Jetzt gehts los Jetzt gehts los Eason Jetzt geht die Party ab Bin richtig gehyped Und wie geht das? Hast du das geschafft? Ich springe Aber irgendwie wie hast du den Sprung geschafft Ich springe einmal Wie schaffst du das? Ich hab das genauso gemacht War tot Guck mal jetzt sogar rückwärts Woow Das mach ich schon seit meiner Kindheit Ich bin auf der Straße groß geworden Ooooo Cool Story Hab ich immer im Schlaf gemacht dann Damit ich nicht überfahren werde Ja Geil Ich glaub ich hab mich festgebackt Ich glaub alles ist vorbei Es geht wieder Speed Whoow Komisch Du hast aber auch Ar 완전 Hier ist doch ein rad ruler Na klar Beep 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 Genau das Geräusch Oh ich T adaptive Das ist ein geiles Radio Dig مت Beat Hoow bringst du jetzt die ganze Zeit über die Autos drüber Ja Ok Das ist der Innocent Pverse Das kriegst du einen Reward Für den krassen Stunt Los zum started Da ich komme Dann verpasse ich mein Auto. Ui, wo bin ich denn? Du wirst schon dein Auto verpassen, du hast eine verpasste. Nimm es und werde glücklich damit. Täter mich! Auf der Straße! Hä? Ich erhöhe den Schwierigkeitsgrad ein bisschen. Ich werfe eine Rauchgranate. Okay, okay, okay. Aber ist es schon da? Ja, jetzt. Wirst du es schaffen. Oh Gott. Ich hoffe, der Rauch verschwindet vorher nicht. Komm mal lieber zu euch. Es dauert längere Zeit, Alter. Oh, oh. Oh Gott. Oh, oh. Sieht man das echt nicht? Oh, ich habe Isen erwischt. Oh, ich habe jemanden gehört. Oh, da hinten ist Mord. Mord und Totschlag. Irgendjemand haut nicht. Achtung, Isen. Ich habe es gesehen. Ich finde das nicht gut. Das war ein sehr dramatischer Moment. Hallo Mojaro. Ich komme. Ich will auch in ihm kommen. Ich bin da. Das lässt sich schon mal sagen. Das heißt, wir haben immer noch zwei Traitor. Das ist nicht gut. Gefährlich. Mögen wir unsere Leichte vielleicht mal wegräumen hier? Nein, nein, nein. Bleib gleich von mir. Nutz die für den Stunt. Du, ey, Alter. Du nutzt sie jetzt für den Stunt. Ah, das ist eine gute Idee. Was für einen Stunt? Wow. Das ist ein bisschen kackendreis. Ey, das will ich kackendreis. Kackendreis. Ne, das ist ja gerade erst... Ja, leider. Also, wenn das jetzt mich untersteht... Leute, ich bin fertig mit Rendern. Ich habe mehr als 10 FPS. Ist der Wert tot? Es kommt. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Oh Mann. Hä, du bist einfach ganz woanders aufgestanden als du umgefallen bist. Hä? Hat sich mega weggehackt. Als ich auf Manu... Als ich Manu gerade einen Header geben wollte, war der Name nicht mehr da. Da kommt das Auto. Du wolltest es stunnen? Wolltest du gerade den Autofahrer stunnen? Ja, ja, ich wollte mir täuben da. Ja, natürlich. Machen wir diesen Weitwurf. Wer es schafft, diesen weiter damit zu katakultieren? Eine scheißwaffe. Okay. Wenn der Detektor... Ich will. Nimm das mal in die Hand. Oh Gott, dann müsst ihr jetzt gegen das Auto schleudern. Ups. Ja, warte. Okay, lass ich nicht mal. Glaub mir. Ich bin da Profi drin. Okay, ich mach mit der Pistole aber. Ich hab Easy no Logi... Go... Go... Easy. Easy no Logi. Ich sag, wer das Auto kommt. Das Auto kommt! Bist du bereit? Aua. Gut. Das war der erste Strike. Nee, das lag aber an den Windbedingungen. HENI! Oh Gott! Was? Keine Ahnung, es wollte noch was dummes sagen. Gibt es heute nicht auf dem HENI? Ja, ich höre auf den HENI. Ja, ich höre auf den HENI. Okay. Wow! Klaus. Maudado Klaus. Ich hab doch gesagt. Hier ist nicht Maudado. Hier ist einer Todes. Ich bin auch nicht Maudado. Geh raus! Foden! Ich bin's nicht. Ich bin's auch nicht. Ich hab noch gesagt, ich bin's nicht. Ich hab mich haben. Ich hab mich haben. Hier schluck ihn, schluck ihn. Und dann tört mal Klaus zusammen. Ich bin nicht Maudado. Nimm. Bist du da drin? Hier, nimm. Ich bin hier drin. Ja. Fuck. Wurden wir grad beschossen da? Ich hab ihn gekillt. Ne, keine Ahnung. Hast du noch irgendwie... Ja, war das schon gut. Da sind vielleicht Punkte drin. Guck rein. Ja, ja, ja. Ja, ohne Miss Klausel, du scheiß Opfer. Ding ist, ich hab so ein bisschen das Problem gerade. Ich bin... Ich bin's. Ich bin's. Hat er grad gestanden? Eigentlich schon, ja. Es bringt ja einfach nix, das noch zu leugnen. Das bin ich da, ne? Das stimmt. Ich sollte vielleicht mal die Detektivfähigkeit benutzen. Ja, solltest du. Alter, wo ist das Opfer? Oh Gott! Oh Gott! Ich dachte gerade... Hey, war das nicht gerade Klaus? Ich hab ohnehin den Namen gelesen. Oh Gott! Nee, das kann nicht sein. Ich bin's nicht. Jetzt bleib mal bei mir, Manu. Jetzt helf mir doch mal. Erzähl mir doch mal. Komm, ich führe den Weg. Halt! Hä? Was denn? Digga. Ich hab ein Connection Problem. Bin ich etwa der Traitor? Nein, ich hab ein Connection Problem. Dann hab ich mich richtig erschrocken. Okay, ich komme. Ich töte ihn für dich. Okay, Klaus. Ich kann mich nicht bewegen. Du musst es für mich erledigen. Als ob ich jetzt vom Server fliege. Alter, wo ist der? Wo bist du denn? Dann komme ich. Na, klar. Oh nein, der Typ ist schon eine Bombe. Pflanzier die hier. Ich bin halt auf der Straße, Klaus. Du musst dich da ganz lange hinstellen. Dann solltest du mich sehen können. Ich bin so mitten auf die Straße. Ich bin ungefähr da zwischen den Bäumen. Guck mal ganz genau hin. Alter, wo ist der Mongo denn? Bin ich beim Mongo Clan? Ja doch. Seit heute. Gratulation. Danke sehr, endlich. Mama! Mama! Ich bin beim Mongo Clan. Alter, Junge. Lauf doch mal. Beweg dich doch mal. Komm mal zu mir. Ich hänge. Ich kann nicht laufen. Du hängst. Ernsthaft? Nee, nicht mehr. Ich hab den Prank. Ich sehe dich gar nicht. Nice moves von mir. Jetzt hast du auch. Okay, du weißt wo ich bin. Du weißt wo ich bin. Du weißt wo ich bin. Wo bist du? Ey. Ey, Alter, diese Waffe, ne? Mit ner Shotgun. Rechtzeitig reconnected ums zu sehen. Alter, ich hab dieses Rollerätsel unter dem abgeschafft. What? Ja. Krasser Typ. Damit hab ich dich gededost. Du musst durch den Boden. Achso, das war das. Könnte sein. Alter, Falda. Alter. Da hab ich dir ganz schön geredet, ne? Da hab ich dir ganz schön geredet. Kann ich froh sein, ey. Kann ich froh sein, dass das nicht in CSGO ist. Komm schon. Ich hab dich weggefagget. Genau. Weggefagget? Okay. Ich hab dich weggefagget. Ja, ich find... Man muss ja auch ein bisschen... Lass den Fagget raus. Versuch dich nicht rauszuregen. Ja, eben. Was sollen das hier? Das war alles da, ey. So ein... Ich wollte euch dies. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Die sind Granaten, die sind... Ich wollte euch einfach nur einen Clickbait-Titel geben. Oh, die... Jesus war homophob. Manu, ich fahr zu dir mit meinem Auto, okay? War homophob. Ja, okay, komm. Steig auf und fahr. Hallo. Oh Gott, das Feuer. Oh. Ach so. Das ist aber echt... Ihr habt echt ein... Das war, also ziemlich stylisch, muss ich sagen. Ein Händchen für coole Stunts. Wird das schon geschossen? Ja, wir haben Stuntologie studiert. Ja. Ist die schon ab? Die Party? Okay. Habt ihr mitbekommen? Das ist das Stunt-Double. Von Resident Evil. Oder... Was ist Resident Evil? Resident Evil? Das eine Stunt-Double. Das Stunt-Double, das hatte einen Unfall. Und der musste jetzt das Bein amputiert werden. LOL. So viel zu coolen Stunts. So, erstmal... Stimmung verstört. Hallo Manu. Ich hab nur geguckt, ob ihr wieder den Autosurf machst. Ja. Hätte man schön einen Slower machen können. Haltet euch das... Ach du, das ist hinter dir. Ah! Wo bin ich so gerade? Ich freue mich an Taze. Wir sind mit dem Autosurfen. Gott, Alter. Nicht, nicht, nicht. Hilfe! Bitte nicht. Ist man nicht unverwundbar, wenn man getaste... Ne, ist man nicht. Du bist unverwundbar, wenn du tot bist. Und dann kriegst du keinen Schaden mehr. Du bist böse! Was ist es? Du bist böse! Ey, ich sterbe. Hilfe, Mann. Kann man bitte einen an den Krankenwagen rufen? Ja. Ja. Ich bin... Tatü, 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 tatü. Wo bin ich nachgeladen? Die Feuerwehr ist da. Meine Waffe ist verbuggt. Warte mal. Ich teste mal, ob ich schießen kann. Ich kann immer schießen. Ich kann immer schießen. Hä? Ah, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Ich hab Manuel entschärft. Ja, er hat mich voll entschärft. Wer ist da drin? Was ist denn? Hallo. Klausi, nicht immer Mausi. Ich schieße dich jetzt ab. Haar dich als der Baum. Sei der Baum Klaus. Okay, okay. Da, der Baum. Welcher Bände sind wertvoll und wichtig? Klaus? Klaus? Klaus ist weg. Klaus hat sich weggeportet. Ich glaube, die liegen noch nicht richtig im Track. Ich bin jetzt abgeschottet. Ich bin richtig im Track. Manu war's. Tja, Klaus hat gelogen und deswegen hab ich ihm nicht geglaubt. Klaus hat gelogen? Ja, er hat gesagt, er ist weg, aber er war noch bei Manu. Oh. Aber dann hab ich ihn totgeschossen und dann war er innocent. Und dann hat Manu auf mich geschossen und er war Traitor. Oh. Und jetzt gibt's nur noch einen Traitor und der ist unter euch. Oh. Ja, wie nett bin ich. Unter Feinden. Bin schon die ganze Runde eingesperrt, Sammi. Achso. Wo bist du? Lass mich drin. Ich fühl mich jetzt sicher. Weil ich hab deswegen die Twitter nicht gemacht, weil du die ganze Zeit eingesperrt hast. Ey, ich will hier drin bleiben. Okay. Wo seid ihr denn? Oh Gott, das outert mich fast umgekehrt. Ist wieder zu? Das wüsstest du wohl gerne. Ja. Ach, ihr seid da hinten in diesem komischen... Helikopter. Hallo, die Leil. Übergriff. Übergriff. Wo ist Isen? Ich bin hier. Den? Den hab ich gerade noch auf der Straße gesehen. Ja, ich war auf der Straße unterwegs, hab ein bisschen Streetwork gemacht. Mhm. Ja, jetzt. Kommt euch mal umeinander. Hat nicht funktioniert. Alle sind tot. Passiert. Mach den besten Streetworkern mal. Ja, ich mein, ich hab alles gegeben, aber nichts bekommen im Gegenzug. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde gerade angeschossen. Das heißt, ich bin innocent. Von Isen. Oder? Von Maudado. Maudado, wo bist du? Immer noch eingesperrt. Okay, dann ist es... Hast du Schaden bekommen, Delay? Ja, hab ich. Sicher? Ja, hab ich. Ich sehe das. Ja, 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 ja. Ich bin jetzt ziemlich sicher. Ja. Ich mein, weil... Maudado haut auch genau da gegen die Wand, wo du gerade reingegangen bist. Das klingt auch nach Schussgeräuschen. Oh nein, ich war aber noch in der Tür. Das war ein Schuss. Wunderbar. Ich hab auch einen Schuss gehört. Also wie von der anderen Straßenseite, da wo Isen gerade steht. Ja, ganz genau. Ist doch alles... Ist doch alles ein Witz, was ihr erzählt. Herr Detektiv. Herr Detektiv, sah mich nicht mehr aus. Oh Gott. Oh Gott. Ja, der schießt hier am Ende der Straße auf mich. Oh! Sniper-Shotgun. Oha. Das hab ich aus CSGO gelernt. Sniper-Shotgun. Du willst nicht springen und schießen? Das ist gegen die Regel. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Warum hast du nicht geballert? Warum hast du... Ich hatte keine Munition. Verbrennt sie. Hä? Bitte nur drei Schuss oder so? Manu hat gesagt, ich bin weg. Ich hab gar nichts gesagt. Ja. Mann. Ich hab mir den Eno geprankt. Du hast nichts dagegen gesagt. Du hast nur gesagt, ja, ich bin wirklich weg. Ich hab mich gemalt someday. Du hast mich gemalt? Und Isen. Ja. Nur um das nochmal für alle klarzustellen. Du gehst anschaffen. Ich geh anschaffen? Oh, da wirst du. Ich fass im Kopf. 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 Oh Mann. Ich weiß ja nicht, was du auf Streetwork machst, Mann. Ich sterb einfach immer. Immer. Dann versteck dich mal ins Baum, du Trottel. Ich sterb immer, wenn Zombie-Detektiv ist. Ja. Du bist halt auch verdächtig immer. Sehr verdächtig. Das hatten wir mal bei einer alten Folge. Das war bei Debitor auch so. Wir haben immer gedacht, er ist Traitor. Ja, Debitor hat sich auch immer so angehört. Ja, ja. Nein. Nein. Ich weiß nicht. Nein, ich bin's nicht. Ich weiß nicht. Jedes Mal so richtig. Ja, liegt wohl bei euch in der Familie. Ja, genau. Guck mal Klaus, guck mal Klaus. Guck mich mal an. Guck mich mal an. Achte. Ich bin angeschossen. Ich hab den angeschossen. Hast du gesehen? Diesen wurde angeschossen. Diesen wurde von Klaus angeschossen. Ich hab Kaff in der Melone gespielt. Manu hat gerade gesagt. Manu hat gerade gesagt. Ja, guck mal. Manu hat gesagt. Manu lügt gerade. Tötet Manu. Ja, er hat mich richtig angeschossen. Warte, stop, stop, stop. Stab, stop. Ich hab richtig angesteckt Cookie. Maudato! Maudato, sch Ich hab ja leider... Ich hab ja leider... Er ist tot, er ist tot, bitte! Oh Gott, wieso schießt du? Du hast doch nicht geschossen! Untersuch ihn! Untersuch ihn! Warum schießen die alle? Ich hab gar nix mehr! Ich... Ich mach doch nix! Das war fantastische Runde! Selber schuld! Selber schuld, Mann! Fand ich aber gut, muss ich sagen! Ich hab aber wirklich nix gemacht in diesem... Doch, du hast mich... Nein! Nein, das war ich! Das hat doch Manu gesagt, haha, ich schieß den jetzt an! Ja! Ich hab, ich hab, Klaus, guck mal gesagt! Und dann, komm, ich schieß ihn an! Hahaha! Witzig! Wirklich witzig! Ich war's auf keinen Fall! Wirklich nicht! Ich hab nämlich das auch! Das gibt's doch gar nicht! Manu sagt immer irgendwas und dann schießen alle auf mich! Egal, was er sagt! Ja, solltest mal drüber nachdenken! Ja! Ich nehm, ich spiel nur damit, wenn Manu nicht dabei ist! Okay, ich bin raus! Bin wieder da! Mein Leben ist übrigens vorbei! Lol, er glaubt, dass ich weg bin! Guck mal wie dumm er ist! Manu hat gelogen! Tötet ihn! Tötet ihn, ja! Manu hat was gesagt! Tötet Klaus! Manu muss einfach, er hat in Rundenbeginn sterben! Ich hab Schüsse gehört! Lebt noch jeder? Zombie? Ich lebe noch! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Man konnte das Auto doch irgendwie stoppen! War's nicht so? Konnte man, der konnte den Zug stoppen! Ja, mit hoher Geschwindigkeit gegenlaufen! Probier's mal aus! Das geht so echt! Ja, das geht so echt! Gäbst irgendeinen Grund, dass wir lügen würden! Ich hab was zum stoppen! Das ist halt echt die Frage, die du dir stellen solltest, Manu! Ein Stück Beton! Ja! Das ist richtig langsam und schwer zum Schieben! Das geht bestimmt! Ich beobachte das mal von hier! Wir haben eine Feuergranate in die Mitte geworfen! Warum machst du sowas? Warum machst du sowas? Isen! Geh da runter! Ich werf noch ne Feuer! Ich werf ne Feuergranate! Wolltest du dir kommen? Klaus, ich geb den Headshot sobald du dir wirfst! Oh Scheiße! Fuck! Ich hab angeschossen! Nein, nein, du hast die grad in dich rein los... Hä, du hast dich grad selbst verbrannt! Ich hab die nicht losgelassen! Oh ja! Ja, aber du hattest die Schammer zu lange in der Hand während du sie explodest! Ja, so ne Scheiße! Ja, ich wollte ja eigentlich auf dich werfen, aber dann warst du Detektiv! So Scheiße, ne? Ja, Isen! Mach einmal den Stunt! Und Mordado auch! Weil du hier gerade drin bist! Ihr beide macht jetzt den Stunt! Ja, bin ich! Den geilen Stunt! Einmal müsst ihr ihn schaffen! Ich hab da kein Interesse daran, ganz ehrlich! Isen, du gehst da jetzt! Mordado ist es! Ja, ich will den Stunt nicht machen! Ich bin Inno! Ich bin Inno! Ich wollte den Stunt nicht machen! Bin ich wirklich?! Ja, Odin schießt auf mich, obwohl ich Inno bin! Alle schießen auf den Mordado! Ich hab einmal... Hat er ihn überhaupt überprüft? Hä? Kann ihn... Was ist denn Detektiv? Was ist hier passiert? Ja, weil Mordado ihn geschossen hat! Mordado wollte den Stunt nicht machen! Ah! Ich will den Stunt! Ich mach den Stunt jetzt! Oh, ohne Spaß! Zombie, du hast die letzten Tage heimlich geübt! Rücken! Ja, ja! Guck mal! Wow! Alter! Isen hat's geschafft! Isen hat's geschafft! Ich hab's geschafft! Dann muss es Dario sein! Ihr seid alle! Nicht würdig! Ich werd's eh nicht schaffen! Ich werd's eh nicht schaffen! Ich werd's nicht schaffen! Ja, die Kiste ist Kinderhilfe! Du kannst auch mit Kiste machen! Aber gleich ist die Kiste kaputt! Kinderhilfe! Was für Hilfe! Wow! Was muss ich denn ungefähr abspringen? Ganz weit vorher! Vorher! Vorm Auto halt! Schließ die Augen und gehst einfach nach Gefühl, Klaus! Schließ die Augen! Lass dich fallen! Das hat bei mir am besten funktioniert! Okay! Okay! Jesus wird mich leiten! Jesus wird mich leiten! Über den Wald! Und? Du bist jetzt so schön! Ich glaube er war's nicht! Oh Mann! Warte mal! Oh Mann! Oh Mann! Die sind beide Traitor? Einen Traitor ist schon tot! Einer von euch ist Traitor! 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 Ganz genau! Das hast du schon richtig erfasst! Ich glaube es ist Zombie! Einer von euch! Nee! Du bist es! Nein! Ich bin's nicht! Warum gehst du da hinten so rum? Was macht ihr? Na weil ich wissen will was du vor hast! Geh schwimmen! Du gehst schwimmen! Okay! Will ich jetzt sehen! Ja tatsächlich! Will ich sehen! Tatsächlich schwimmst du hier! Ich grenze mich ab mit Feuer! Ich möchte nicht! Oh Gott! Hallo! Zombie belauscht mich! Zombie hat mich! Angeschaut! Brennt! Ja! Warum brennt's hier? Du musst ja gucken! Wer von euch hat sich um uns bringt! Ne! Umbringt! Bluh 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 bluh! Bluh 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 bluh! Bluh 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 bluh! Was soll diese Sprache? Hup! Streetstalk! Zombie! Die Hinweise verdichten sich! Nein nein! Das waren keine Schüsse! Das war mal tot! Voll unauffällig! Ja! Warum hab ich ne gesilangte Waffe? Ja das sieht man ja nicht! Also man hört's aber dann! Okay! Na klar! Nice Prank Zombie! Leider gone wrong! Mit der Kiste! Und das ist gerade unverantwortlich ne! Kann man sowas machen! Ich hab keine Waffe! Der Prank kam hier sogar! Also erstmal Maudado und dann noch Zombie! Was die beiden da gemacht haben! Ja ich hab keine Lust auf den blöden Sand! Der Junge! Ich hab ihn gemacht! Was musst du hier machen! Das war wieder spontan von Sunbay! Oh ist es Klaus! Irgendwie muss ich den da umbringen! Ja aber der war schon nice! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich sperr mich noch einmal ein! Gibt's hier ein Objekt was nicht kaputt geht? Dann kann ich mal schauen ob ich ein Auto zum anhalten krieg! Das haben wir schon mal geschafft oder nicht? Das ist der Zug! Der Zug auf der anderen Map geht! Ja ja aber das Auto müsste auch gehen! Sobald man halt ein Objekt findet was nicht zerbrechen kann! Wie so ein Stuhl! Dario! Dario guck mal! Ja das Stuhl hier konnte auch nicht zerbrechen! Dario! Boah! Hier hier hier! Siehst du mich? Oh! Ne da oben ja! Ja ok ok nur dass es weiß! Ich hab aber ne Idee für ein Objekt! Ich bin Indo! Darf ich dein Objekt sein? Eine Idee für ein Projekt! Möchtest du mein Objekt sein? Ich bin Traitor! Pau Pau! Ich bin auch Traitor! Pau Pau! Pau Pau! Pau 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 P Javi komm mal her, ein Experiment und ich brauche deine Unterstützung, deine mathematische Einschätzung. Wo muss ich den Discombo-Bombo platzieren, damit ich das hier bewegen kann? Eine mathematische Einschätzung? Ja, die kann man doch nicht hochheben, die kann man doch nur schieben. Wird das nicht funktionieren? Oh Gott, ich hab was passiert. Ah, du bist da oben. Ach, die Discombo-Bombo. Wow! Oh Gott! Alter, sie hat mich fast runtergekickt. Ja, sie hat mich fast runtergekickt. Das Auto da hinten! Das Auto da hinten! Das Auto! Hä? Was ist passiert? Wie haben wir das geschafft? Achtung, Achtung! Achtung! Das sah voll nach Meck aus. Ja, aber nicht, das ist ein... Ach, da hinten. Das hat irgendwas fest, also das kommt nicht mehr. Kann man da hinten hin, ne? Nee, da ist eine unsichtbare Wand. Aber es hängt. Hier fehlt aber eine Kiste fehlt hier. Oh, das ist Verdächtigung. Nee, nee, das ist die Kiste, die das da hinten festgetackert hat. Ja, und warum erst so eine lange Straße? Ja, ich hab die Kiste auf die Straße gestellt. Ja, scheinbar am Ende der Map, musst du mal gucken. Ja, dann bring mal die Kiste so weit nach dahinten. Ja, eben, müsste eigentlich noch weiter rein. Ja, aber warum noch so lange Zeit? Das ist eine lange Zeit, ja. Keine Ahnung, vielleicht erst ganz am Ende, wo es aufhört zu fahren. Ja, ja, teurer Mist. Ja, genau, machst aber... Ja, machst aber noch mehr. Man kommt da nicht hin. Achso. Das ist eine unsichtbare Wand. Und warum stichst du aufm Dach, Manuel? Er hat doch vorhin gesagt. Wolle ich Dario beschützen. Beste Position dafür, das stimmt. Ja, er hat den Überblick. Er ist der Überblick, klar. Überblick, klar. Das ist dein Name. Fehlt hier nicht Maudado? Ja, aber der hat vorhin gesagt, der ist Inno. Wir müssen den Tisch rausbringen. Achso, ja danke für die Info. Wir müssen den Tisch rausbringen. Oh, tschuldigung, tschuldigung. Hast du das nicht mitbekommen? Hilf mir lieber. Hab ich auf Twitter auch gepostet. Echt? Oh, hallo. Hier kommt ein Helikopter. Alter, die Heli-Geräusche. Lass dir den Helikopter abschießen. Manu, hol mal den Granaten. Das ist kein Helikopter. Okay, Thumbay. Was denn? Ach, nix. Thumbay ist dann wohl Traitor, Maudado auch. Hä, ich bin draußen grad bei Delay. Maudado hat ja auch gesagt, dass der Inno ist. Verzeih das denn jetzt. Wie hört mir, Manu, du? Ein kleines bisschen. Ich dachte, hier hat irgendwas Traitor-Geres gezeigt. Es kommt. Hier auf der Seite kommt das andere Auto. Ey, war nur irgendeine Stranger-Begegnung. Der ist reingelaufen. Halt, der hat nicht eingeguckt und wieder rauf. Dieser Tisch ist weg. Nö, es hat einen Tisch weggeschoben. Dummes Auto. Wir brauchen mehr Objekte. Genau, wir haben noch damals so einen Reifen genommen. Und der wurde dann auch richtig hart weggerannt, oder nicht? Oh, bitte, komm. Oh, lol. Ja, guck mal rein. Guck mal rein. Guck mal rein. Oh, lol. Nee, nee, das war eine Granate. Hä? Na klar. Das war ich. Hä? Du sagst, guck mal rein, du sagst entschusten hier. Junge, das war eine Granate und ich hab keine Granate runtergeworfen. Ich hab Schaden. Achso. Ja, wegen der Granate, die da ist. Oh, das war ich nicht. Ja, die hast du natürlich nicht hingeworfen, bevor du gesagt hast. Geh doch mal dahin. Ne, hab ich auch nicht. Geh dich mal schön schutzlos dorthin. Oh, lol. Ja, geil, komm mal Dario. Ich hab hier, komm dir mal eine Waffe, Alter. Ach, ich kann mich heilen? Nein, du kannst dich nicht heilen. Denn ich verbiete es dir. Ich hab gegen eine Haustür geschossen. Ja, ich weiß aber nicht. Und von da drüben hat dich keiner angegriffen. Natürlich. Ach, irgendwie ist das hier alles komisch. Ja, von da drüben hat dich keiner angesniped. Das ist sehr komisch. Meinst du? Das ist sehr komisch. Werde. Irgendwie, irgendwie, keine Ahnung. Geh jetzt über die Straße. Nee. Ich stand ganze Zeit unten und hab nur gewartet, dass du irgendjemand erschießt. Aber das hast du nicht gemacht, deswegen bist du jetzt Inno. Ich bin auch Inno. Was passiert? Ich lauf jetzt ins Haus rein. Bitte nicht erschießen, falls da Delay oder so drin ist. Okay. Ich geh hoch. Delay. Ich geh einfach hoch. Ich hab nämlich Angst hier unten. Wer ist denn jetzt gestorben? Ich wurde zweimal angeschossen. Keiner ist gestorben. Was ist mit dieser Verwirrung hier? Manu. Manu? Na klar, Klaus. Ist es Klaus? Warum sollte ich sie sein? Manu schießt auf mich. Und ich wehr mich. Da. Nice. Ach man Dario. Hat mich jetzt nicht gerade Modado angeschossen? Nein, ich hab mich nicht angeschossen. Nein, der hat doch gesagt jetzt Inno. Wer hat mich denn da gerade geschossen? Ich hab gar nichts getan. Manu. Ich will dich da beschränken. Ich hab die Echtrunde vertraut. Es ist Mannu. Hä, gibt's hier einen Traitor-Eingang? Da hinten die Tür. Es ist ein Traitor-Eingang. Ich bin da reingegangen und bin auf einmal runtergefallen. Hack. Da durch die Tür. Hacker. Sehr kurios. Ja, und da wollte ich aber nichts sagen. Oh. Hilfe kann mir wer rauswerfen, wenn das ein Traitor-Eingang ist. Bin ich gesporn. Hey, was hast du denn da für einen Rocket-Launcher? Ja. Aber das Problem war, ich war nicht mehr bei euch und dann habt ihr gefolgert. Verfolgert. Gefolgert, Alter. Gefolgert, Alter. Gefolgert mir mal auf Twitter. Ja. Folgert mir mal. Wie viele verfolgert ihr denn auf Twitter? Und zwei. Ich weiß es nicht. Hier. Ich glaub ich hab mindestens ne Hand voll. Immer einmal mehr als du. Aha. Doch, Mann, weißt du denn? Oh Mann. Das ist unser Leben, der wird mir nun entschnell wie er sich auch. Okay. Okay. Sombey ist Detektiv, ich geh in irgendeinen Hausraum. Er ist der Detektiv. Guck hier mal dieses Opfer an, Alter. Bah! Ich geh wieder in den Traitor-Eingang. Bah! Ich verfolg Jesus. Bui Deile. Ich verfolg niemanden. Aber ich bin Inno. Ach so, ja dann. Alter. Wiesen. Ich hab das Auto angeschossen, hast du gesehen? Ah ne, ist kein Traitor-Eingang. Was ist das? Keine Ahnung, das meinte ich doch gerade. Aber es ist kein Traitor-Eingang. Hä? Hallo, seid ihr Traitor? Da kann man einfach durchlaufen. Kann mich hier eine einsperren, bitte? Hier geht's wieder raus. Traitor-Bereisen. Traitor-Bereisen. Hallo, kann mich hier eine einsperren, bitte? Das war voll komisch. Und dann hatte ich schon Panik. Hey, da hinten ist wer? Hast du da noch nicht geschossen? Ich hab mich hier gerade selber eingesperrt. Sombey hat gerade geschossen auch nicht. Ach so. Irgendjemand redet hier. Ich glaub, wir reden alle. Oh, den hab ich gar nicht erwähnt vorhin. Ich bin hinter dir, Sombey. Ich seh's. Na, nicht verwirrend. Oh, den. Halt Abstand. Halt Abstand. Nein. Halt Abstand. Nein. Danke. Das ist ein Odok. Ich möchte das einfach nicht haben. Ich möchte das einfach nicht haben. Den Odok. Hä? Wo seid ihr denn alle? Wirst du nicht mit denen mitgegangen? Marno, wir sind mit einem Traitor-Eingang gegangen. Geht aber weg. Wo sind die alle, Isen? Kommt, folgt mir. Ich weiß es nicht. Die sind die in die Tür reingegangen, glaube ich. Sie ist sicher. Mann. Was machst du meinst? Oh, Manu, die sind hier drin. Wo ist das beim Ofen? Was war denn? Oh, in den Ofen wollte ich nicht. Ja, genau. Du lockst mich weg, Dario. Nein, die sind wirklich hier drin. Die sind bestimmt hier drin. Ja, klar. In diesem dunklen, abgelegenen Raum. Hier sind sie alle. Ah, hier. Geh einfach die Leiter runterholen. Ja, ja. Geh mal hoch. Geh vor. Oh Gott, du könntest es sein. Oh, Manu kam. Oh Gott, da ist ja echt einer. Was machst du? Ja, wir warten, Alter. Was macht ihr denn hier? Raus wollen? Hä? Gehst du, gehst du vor? Gehst du, gehst du vor? Gehst du, gehst du vor? Wow, wow, ich hab Schüsse. Ich hab Schüsse, ich hab Schüsse. Ich dachte, du wärst das. Ach, das kann man aufschließen. Ja, ja. Ja, wo denn? Ich hör Schüsse. Achso, sorry. Wer ist das denn? Geh doch, geh doch rein. Ja, lass mich doch mal. Ich bin... Ohne Scheiß, Alter, ne? Ja, ist eine gute Idee. Ey, ich sehe gar nichts. Junge, ich entdecke hier gerade... Ich entdecke hier gerade was. Das Lehm. Das Lehm entdeckt. Wie der Körper gab Frau. Wow. Sind Leute tot? Oh geil, warte, ich surf drauf. Sind Leute tot? Die Treppe runter, Manu. Warte, die Treppe da runter. Ja, warte. Ja, okay. Warum ist hier so ein Waschbecken? Das wär so geil. Warte, warte, geh mal. Ich kann mal schießen, wenn du willst. Ne, 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 ne. Ich mach das schon präzise. Ich kann präzise drauf schießen. Ah. Ich mach mal die Tür zu. Sekunde. Zieh mal. Ah, warte. Ah, jetzt, jetzt gleich. Warte mal. Ah, jetzt. Nein. Hallo, ich bin, ich bin unschuldig. Äh, jetzt. Ich, ich. Man kann surfen. Geh drauf. Geht drauf. Ja, okay. Ja, okay. Warte, warte, ich zieh, ich zieh, ich zieh. Oh, oh, oh! Ich weiß hier gar nichts. Warte, ich kann mal den, bleib mal drauf. Alter, guck mal auf, weil der Stunt. Geht's da weiter runter? Ne, da ist schon ein kleiner Pool. Alter, der Tisch steht wieder, der Schwimm-Pool. Ja, aber natürlich, ich sag doch, ich kann präzise schießen. Da gehen die Türen auf, da gehen die Türen auf, komm, in die Türen auf. Ich geh wieder raus, wenn die Türen aufgehen, wir gehen schon raus. Ja, da sind die Türen gerade aufgegangen. Ich hab Angst vor diesem Raum hier irgendwie. Ich hab da einen Tisch kaputt, wenn die schön zu gehen, ist alles vorbei. Ach, hier ist ein Tester, okay. Alter, ja, ich versteh uns auch nicht, ey. Hier ist ein Konferenzraum für zwei Leute. Ist da auch eine Konferenz am Laufen? Nein. Leider nicht. Ich hab schon gedacht, hier oben steht, wo ist eigentlich Maudado? Ja. Können die Tretchen mal was machen? Nein! Maudado? Es gibt keinen Maudado scheinbar. Aber wo sind denn alle? Oh man, der hat bestimmt wieder gesagt, wer auf ihn geschossen hat. Wie kann man das aufmachen? Ich schwimm grad ein bisschen und ich hab grad irgendwie ein bisschen Atemprobleme. Ich weiß gar nicht, wie man das aufmacht. Ich darf es bei dir bleiben, ohne dass du mich abschießt. Ja. Du bist so ein Typ im Moment gerade, scheiße, keine Ahnung. Out. Ach, hier seid ihr ja? Hallo. Hallo. Woher weiß man nur immer, wo wir sind? Hat der auch nen Radar? Ich habe wohl einen Radar. Nee, ich hab grad jemanden durchs Fenster schießen sehen. Der hat wohl einen Radar. Aber wo sind alle? Also Eason ist es. Oder Dario? Nee, ich bin's nicht. Ich bin weglaufen hier die ganze Zeit. Eason und Dario? Dario? Wo steckt mich die ganze Zeit? Dario hat gerade gesagt, es ist Eason und seitdem redet er nicht mehr. Also entweder prankt er uns gerade richtig. Nee, das ist kein Prank. Er ist wirklich tot. Ja. Also ich schieß auf dich, Eason. Odin, so unten. Odin. Hier, siehst du die Tür? Da bist du ja reingegangen, ne? Ich bin entschuldig. Ist der da drin? Nein, nein. Aber wenn du in die Tür da hinten reingehst... Äh... Achso. Ich hab doch da hingeschossen. Oh Gott, 20 Sekunden über... Malu, Malu, Malu! Malu, Malu, Malu! Malu, Ado, bist du böse? Wenn ja, dann... Hau ab. Ich will nicht. Ich will nicht. Raus? Ist er gestorben? Jemand ist tot? Jemand ist tot? Bist du noch da, Klaus? Jemand ist tot? Kannst du mich hören? Alle sind tot? Kommt mich hol! Da ist... Schatz... Du spät, Junge! Da aus hörst du mich! Over time, bitch! Er kann ja nicht über... Übern Scheiß... Man, Maudado, warum bist du denn so böse? Ich bin ein böser Mensch! Boop! Warum ist Maudado böse? Haben wir noch gehört? Wie hat er denn... Den Buddy von Eason gefunden? Der hat die ganze Zeit geredet. Ja... Manchmal sterben Menschen. Aber ich bin halt jetzt auch fast tot. Ich... Wer ist noch am Leben? Oh Gott! Warum genau jetzt? Maudu! Hä? Weil ich dich verfolgt habe mit einem Cloaking-Geweiß und du bist auch hier? Ja, ja. Guck mal, hier war ein Traitor-Raum und ich hab Delay ertrennt. Ja! Wie das denn? Ja, hier ist so eine Traitor-Falle. Ach so! Ah! Ach, das passiert! Der Raum geht zu und dann weht der geflügt im Wasser oder was? Dieser unaufwendige Raum mit dem riesigen Abfluss. Der füllt sich tatsächlich mit dem Schatten ab. Ach so, der ganze Raum hier. Manu, ich hab dich übrigens gehört. Ich hab mich auch gerade schon gewundert, Manu, weil ich hab dich da gesehen und dann warst du auf einmal weg und dachte so, hm, irgendwas ist doch merkwürdig. Ich geh mal weiter. Ja, du wusstest ja, dass ich es bin. Hä? Klar wusste ich, dass du es bist. Weil Klaus es geschrien hat. Während er gestorben. Wird ja sein können, dass er es sich gehört hat. Na klar. Also ich hab's nicht gehört. Ey, Zombie ist vielleicht dumm, aber nicht taub. Okay? Okay. Das ist ganz schön gut ab jetzt. War ein Prank Zombie. Ja, Prank gone around. Immer als Freundschaft beendet. Na, dann schick ich ihm ne neue Anfrage so. Genau, Freundschaft, als würde ich mich mit so nem Schmock befreunden. Ohhhh. Äh. Schaut auf selber. Ja, du schaffst das. Wer hat geschaffen? In real life. Du schaffst das, ich glaub auf mich. Wir müssen, wir in den Opfern. Ich glaub auf mich nicht. Wir müssen, wir in den Opfern. Wir müssen, wir in den Opfern. So, komm, das schaffste. Der ist halt halb tot, bin ich nicht. Ohhhh. Oh lol. Aber du bist zum Ende die Kiste geschoben, die ist immer noch da. Warte mal, wie geht das denn? Wann schwingst du, äh, Zombie? Wenn das Auto kommt? Ja, wann? Ja, auf die Motorhaube halt. Oh no, ja genau, du Arschloch da oben. Klaus, der Penner. Boah, Alter, das Auto ist ne Sekunde an Maudat, das gleiche gehängt. Wir haben schon wieder die gleiche Situation hier. Ah, warte, warte. Pass auf. War das grade? Klaus, bitte aufhören. Ja, ich bin gleich. Ich möchte, dass wir den Leicht jetzt auch testen. Ist da hinten bei dir ein Ausgang? Ja, pass auf. Ich weiß es nicht. Der hat nur ne begrenzte Reichweite ohne. Ja, Alter. Das war weit. Hier ist zumindest ein Swimmingpool. Ich such einfach mal weiter. Wenn du hier durchkommst, kannst du über den Schacht gehen. Der Versuch. Okay. Dann pass mal auf. Nein, Klaus, nicht. Aus. Ich glaube, hier geht's auch raus. Aus. Aus. Ich will auch hier raus. Ich will einfach nur hier raus. Boah! Alter, wie gut das war. Also Maudat, tut mir zwar leid, dass du gleich keinen Knochen mehr in dir hast, aber... Bin ja eh tot. Nur eben. Ey, ey, Klaus. Wer lebt denn jetzt alles? Klaus, das war nicht sehr nett. Boah, boah. Ja, cool. Ey, wie er da einfach hängen bleibt. Nein. Oh Gott. Man kann immer weiter mit ihm stehen. Alter. Fluchtweg gefunden. Ganze Munition verballert Klaus. Alter, Maudat, eskaliert. Ja, man muss es probieren. Und dann eskaliert. Ja, ich bin die ganze Zeit mit ihm und nichts mit Kett eingefährt für zwei Runden. Ah, hier ist er rein. Das ist unser Happening hier. Ja. Ich wüsste auch nicht. Wir müssen irgendwie hin. Hier ist noch Munition. Ja, hier ist was anderes. Der Konferenzraum, da war ich vorhin schon die ganze Zeit drin, hab gewartet. Dann kenne ich mich aus. Mich jemand abholt, aber niemand kann. Das sieht richtig gefährlich aus. Geht's hier weiter? Der Wichser. Der Wichser. So'n so careless Driver, Alter. Ey, Alter, wie die die ganze Zeit Leichen überfahren. Ich glaub, ich hab DC-Probleme. Ich bleib auch stehen. Ich auch. Ich glaub, ich hab auch PC-Probleme. Connection-Probleme. Ich glaube, ich hab mir bloß gehen. Hält ich das etwa daran, dass ich hier grad mit der Leiche gespielt hab? Könnte sein. Danke, Manu. Die Web hat auf jeden Fall schon mal einen Bug. Die ist schon mal abgestürzt. Danke, Manu. Dann, ne, ich war es nicht. Dann war es. Ich war nur im Waffenladen, aber ich bin nur rumgelaufen. Ja, du war es. Nein. 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 Mit euch kommen. Kein Spannender. Nein, du frei. Ich weiß nicht. Weißt du denn echt nicht? Bin ich einmal Detektiv und ihr direkt Bug abusing. Nice. Damit der Server abschmiert. Okay. Ich glaub, das war's mit der Map. Wir sind zum nächsten Mal wieder bei TTT. Bis dann. Popau. Und Folgen kommen nicht immer. Sehr selten. Wie gesagt. Nervt nicht. Frag dich nach. Sie kommen einfach. Es ist wie, als würde der Eiswagen jede Woche kommen. Ah, dann kommt er nicht mehr jede Woche. Sondern zufällig und klingelt sogar bei euch an der Haustür. Und steckt euch das Eis einfach im Mund. So könnt ihr euch TTT jetzt vorstellen, okay? Es kommt irgendwann einfach. Und dann habt ihr's. Keine Festzeiten. Kein Fest ist nix. Kann einmal im Monat kommen. Kann jede Woche kommen. Wie es sich ergibt. Okay? Nicht nerven. Danke. Nein. Fragt nicht. Hört auf.